Zuletzt hat sie gewonnen und klar, so soll es heute weitergehen. Ich bin wirklich gespannt, ob sie sich wieder so gut präsentieren. Beide Manschotten sind bereit, es geht los. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Schauen wir auf die Formation, wir sehen ein 5-2-3 bei Ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die D... Vandrich, Chance zur Führung, super reagiert. Den hält er jetzt fest. Das könnte die Chance werden. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da trennt er ihn vom Ball. Ballverlust. Er spielt den Pass zurück. Das könnte gefährlich werden. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Die kurze Variante. Da ist die Flanke. Das frühe Pressing jetzt. Spielt den Ball direkt zurück. David Silva. Jetzt müssen sie aufpassen. Vandrich. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Tolles Zuspiel. Jetzt schießt er. Gehalten, ganz stark. Ja, das gibt Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Noch ist die Chance da. Da zieht er ab. Und wieder rettet er. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Pass. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Könnte jetzt was werden. Vandrich. Tiffert. Dimitri Nazarov. Wird das seine Torchance? Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Sie liegen vorne und schauen sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen. Die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chancen und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Mit dem Ball am Fuß. Der Angriff könnte was werden. Wichtig. Er holt den Ball. Den Ball spielt er raus. Tiffert. Er bekommt Hilfe. Fairer Einsatz hier. David Silva. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt wird's Ecke geben. Eine kurze Ecke. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Pfandrich. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Das könnte gefährlich werden. Super Pass. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Pfandrich. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Er ist da. Klatsch. Klatsch. Stab prallt er vom Pfosten. Zurück ins Spiel. Klasse Technik. David Silva. Und jetzt die Chance. Und jetzt die Chance. Und jetzt die Chance. Und jetzt die Chance. Schuss, das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus, da wäre fast der Ausgleich gefallen. Tiffert. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nix entschieden. Durchgang 2 hat begonnen. Das könnte die Chance werden. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Szene ist noch nicht vorbei. Pfandrich, Ballverlust. Da geht er dazwischen. Sie holen sich den Ball. Das könnte der Gelegenheit werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt ein Schuss. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Krakul Talua. Krakul Talua. David Silva. Kempe. Ja, der ist Platz jetzt. Gut gesehen. Das gibt Freistoß. Das war natürlich mit viel Risiko. Mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter werte dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Schießt er ihn rein. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Tiffert. Kempe. Wird das seine Torchance? Da kommt der Pass. Jetzt vielleicht. Immer noch gefährlich. Er zieht ab. Was für eine unglaubliche Parade. Ja, Wolf. Und jetzt die Chance. Da hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Aber im entscheidenden Moment verlässt es ihn. Und so ist es nichts mit der Vorentscheidung. David Silva. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Klasse Einsatz. Aber kommt er auch an den Ball. Kempe. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt die Hereingabe. Da kommt der Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Sehr guter Einsatz. Dimitri Nazarov. Das gibt Freistoß. Aber zeigt er auch der Karte. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Freistoß gibt's. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. Der Schiri zeigt im Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Um... Er hat einen guten Blick auf die Szene. Im seront genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Er muss runter, folgerichtig, würde ich sagen, oder Busche? Ja, er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Angesichts dieser Leistung war klar, dass der Trainer irgendwann reagieren muss. Das könnte der Gelegenheit werden. Viel vorwärts. Jetzt schießt er. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Klasse Zuspiel. Achtung jetzt. Jetzt vielleicht. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Zur Ecke abgewehrt. Kurze Ecke. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Das wird nichts werden. Er steht hier im Abseits. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Dominguez. Wird das eine Torchance? Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Er probiert es einfach mal. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Auf außen ist jetzt Platz. So, was machen sie draus? Das sieht gut aus. David Silva. Guter Pass. Gute Chance. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Den klärt er. Guter Aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Schöne Flanke jetzt. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. So nah vom Tor war das für ihn natürlich kein Problem. Er bleibt ganz cool und dann passt das Ding. Das 2-0-Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Das könnte gefährlich werden. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Oder ist die Flanke. Ich fühle dich. Dasistedal wird die Flanke. Schöne starkt. Dann geht es bei ihnen vielleicht ein... Sieht nicht mehr aus. Und der Weib cultures. Suscream melon. Ach grätsche war alles andere als optimal der schiedsrichter werte dieses einsteigen diese grätsche richtig so mit der faust kann er hier retten da kommt der versuch das für ein tor ein überragender schuss hat alles gepasst das war ein toller schuss aus der distanz den hat der keeper spät gesehen und den hat er super getroffen und eigentlich müsste sich herumgesprochen haben dass er aus dieser entfernung brandgefährlich ist was für ein schuss aus so einer entfernung was für ein tor so viel können wir zu diesem zeitpunkt wohl festhalten die partie ist so gut wie gelaufen david ziel war jetzt sind sie am ball mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor und jetzt die chance ein fantastisches tor der ball geht flach ins tor da konnte der torhüter nichts machen damit bauen sie die führung noch einmal aus der sieg steht eh fest gebrauchter tag oder buschi kann man so sagen er fisch den ball nicht zum ersten mal aus dem netz heute das kennen wir besser von ihm das resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht da wird ziel war das spiel ist vorbei der und parteiische hat abgepfiffen mit dem sieg heute ist das thema abstieg für sie schon mal keins mehr und das haben sie sich verdient das war eine richtig starke leistung das war gut was er heute angeboten hat super leistung hat sein tor gemacht das team hat den sieg eingefahren da kann man sich schon mal freuen